So, jetzt geht es wieder weiter mit Pim und Struppi, das Kleines, der einverbraucht. Ja, alles go. Let's go, let's go. Was wollen Sie überhaupt? Das letzte Pergament! Was wollen Sie wirklich? Ein guter Abenteuer zu den Geschichten schreiben. Das wollen wir. Alles klar, Kapitän? Seid nicht siebkennen. Die schießen auf uns. Luft, ihr Arten! Wie, die Emporien? Wir wurden entdeckt! Ellen hat sich sicher vorgewarnt. Eine Falle! Wann bringen wir die Blechwüchse runter? Ganz ruhig! Na gut, tun Sie doch was, Tim! Lassen Sie mich da rast gehen! Vertrauen Sie mir! Ich will raus aus der Fettkiste! Das Steuerung ist so dumm, dass es nicht spiegelverteilt ist. Hier ist die Endstation! Wir kommen schon durch! Vorsicht! Halt geschehen, Kapitän! Wo kommt nur all die Steine her? Was ist denn oben? Hilfe! Wir werden sterben! Dalar! Das ist so gut! Ich habe das, was ich nichtEEE- Wir finden das schon! Ich glaub, ich werd Luftklank! Kapitän! Geschafft! Wir leben! Wir... Haben wir einen Scheibstoff. Haben keinen Sprit mehr! Festhalten! Wir... werden... erschaffen. Donnerwetter! Der Kapitän! 100! Ist der noch im Flugzeug? Tausend... Wie geht's, Kapitän? Sand? Wo sind wir? An einem Strand? Gerettet! Das ist nicht der Strand, Kapitän. Ganz gewiss nicht. Wer sind sie? Alan schickt uns. Macht er sich Sorgen um mich? Nein, er will den Jungen. Natürlich. Er hat mich entführt. Er hat das Flugzeug geschohlen. Steh auf. Wir bringen dich zum Boss. Du wirst einiges erklären müssen. Und übrigens... Nicht ich hab das Schiff versenkt. Das war der. Ach, halt doch den Rand. Ich bekomme Kopfschmerzen. Was? Soll das ein traditioneller Gruß sein? So, jetzt habt ihr richtig Kopfschmerzen. Also gut, Tim. Wir sind wohl auf derselben Seite. Das Land des Dursts. Er hat mich ins Land des Dursts geschleppt. Nur Mut, Kapitän. Wir müssen nach Bagar. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wissen Sie denn nicht, worum es geht? Wenn ich nicht als Erster das Geheimnis der Einhorn lüfte, gibt es keine Story. Na toll. Ich möchte Ihrer Karriere auf gar keinen Fall im Wege stehen. Das ist mein Job. Aber es ist mein Leben. Sie oberpfadfinder. Was hat er denn nur? Gangster. Verblick's nochmal. Die greifen uns an. Schießen Sie gar nicht weg. Achten Sie auf die Straße. Ich kümmere mich um die Witzmolde. Der Sinn dieser schwierigen Schreizmolde. Vanditen. Vielleicht Rebell. Ihr Unterhalter. Vegetarier. Sandfresser. ward der Schloss empfassiert. Wie sie Hm. Wie gbei sie genau. Und los. Und ohne kleine Schreizmolde. Ziehen Sie auf die Reifen! Papiertiger! Zech! Boah, das war knapp. Sie sind kalt! Feuer frei! Los, schießt sie! Feuer! In dieser Wüste gibt es ja ganz schön Wüste her. Bleiben Sie auf der Straße! Schütteln Sie diese Fett ab! Stattansbraten! Oblodüten! Lumpen! Hausierer! Schön, wir haben schon schnell gearbeitet. Los, schießt sie! Feuer! Ja, worauf denn? Sumtropische Seegoppen! Breitige Bierkutscher! Wie sind Sie los? Hier drüben! Bravo, Kapitän! Weck! Wir durch Your Head herbeizt! để die hat 交 ere Hein? tuning lieutenant! Feeduber! books 1 2 3 Lu 1 3 Ah, ein Leben noch. Wir sind am Meer! Was? Das muss gefeiert werden. Diesen Sand hätte ich nicht mehr länger ertragen. Finden wir heraus, wer Alans Boss ist. Er muss das Pergament haben. Richtig, und jetzt? Alan ist irgendwo hier. Wir müssen ihn finden. Wie sollen wir Alan finden? Wir fragen die Leute. Bitte. Entschuldigung, kennen Sie diesen Mann? Hier auf dem Foto. Er ist oft mit Sidi Ben Salat zusammen. Das riecht nach Ärger. Wer ist dieser Ben Salat? Ein Kaufmann aus der Gegend. Warum fragen Sie? Wiedersehen. Guten Morgen. Ich würde gerne etwas genauer wissen, was dieser Herr Ben Salat so für Geschäfte treibt. Ja, alles und nichts. Aber ganz koscher ist er nicht. Wiedersehen. Tut mir leid. Wissen Sie, wo ich den Emir Ben Salat finden kann? Oh, Schande. Ich weiß es nicht. Hm. Wiedersehen. Ah, bitte. Wissen Sie, wo ich den Emir Ben Salat finden kann? Von der Promenade aus sieht man den Palast. Sie wollen doch nicht allen Ernstes dort hingehen, oder? Ich kenne diese Sängerin. Was führt die denn hierher? Sie veranstaltet hier ein Konzert für Ben Salat. Glaub ich. Danke schön. Jaulende und heulende Hellenitze. Schätze, wir sind bald da. Hm. Hm. Ich glaube, ich werde krank. Ah. Sehr gut. Guck. 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 Ich kann einfach nicht mehr. Sehen wir doch mal hier nach. Sie geben die auf, stimmt's? Okay, hier. Ah, hier kamen wir her. Okay, okay, okay. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Hier kamen wir her. Hunderttausend! Dann gehen wir ja zum Strand. Wissen Sie, wo ich den Emir Ben Salat finden kann? Dort, im Palast. Sie sehen ihn von hier. Dankeschön! Hier lang! Sind Sie Karim? Mohammed schickt mich. Was kann ich für Sie tun? War dieser Mann hier unter den Überlebenden des Schiffbruchs? Ja, bis gerade hat er noch genau hier gesessen. Wiedersehen! Struppi, das ist dein Einsatz. Los! Oh, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Woran denken Sie, Kapitän? Ich habe Durst, Hunger und die Nase voll. Waren Sie schon mal hier? Vor langer, langer Zeit. Hier, nach. Das reinste Labyrinth hier. Wir verlaufen uns noch. Ne, 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 ne. Ich habe die Spur. Was meinen Sie, Kapitän? Meine Meinung? Wir sollten umkehren. Lass auf. Halt! Hier ist der Zutritt verboten. Nur Angestellte dürfen rein. Moment mal. Da war gerade ein Europäer. Und der arbeitet nicht hier. Ein Seemann. Hier war kein europäischer Seemann, Sidi. Was? Hunderttausend. Ruhig, Kapitän. Wir wollen nicht auffallen. Guck ihn dir an, diesen Billig-Bärber. Was hat Ellen nur in einem Palmenhain vor? Aztete. Patoffeltierchen. Hey, pass doch auf. Du Dervisch auf weinen. Was? Ich? Pass doch selber auf. Knalltüte. Du Strengnade. Süßwasser, Matrose. Hatschi-Bratschi. Tim, darf ich Ihnen Mohammed vorstellen? Einen alten Seebären und guten Freund. Hatschi-Bratschi. Wenn Ellen in den Palmenhain gegangen ist, dann hat er einen geheimen Palasteingang genommen. Wo ist der? Das ist geheim. Aber zusammen finden wir ihn vielleicht. Ah, so seid ihr perfekt. Danke, Bruder. Euer Ellen und dieser Ben Salat sind ganz dicke. Passt auf die auf. Was nun? Warte mal, warte mal. Warte mal, wir können. Bleiben wir zusammen? Können wir wieder zurückgehen? Sparherr. Ja, geschafft, Kapitän. Und was jetzt? Keine Ahnung. Ich hab's. Okay, jetzt hast du glaube ich wieder. Tim, kommen Sie! Ein wirklich prima Kerl, Ihr Freund. Ein Mann, der zu seinem Wort steht, ja. Soll ich helfen? Ui. Ich glaube, wir müssen die Qualen hier anfassen. Können wir hier nichts machen. Außer lenken. Okay. Okay. Oh, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Was bringt das alles, hä? Die Schande meines Ahnens steht in allen Büchern. Die Wahrheit steht nicht nur in Büchern. Sie ist in unserem Blut. Sie sind okay, Kapitän? Ja, ja, he's okay. Sie brauchen aber viele Fremde den Palast. Tim, kommen Sie! Ich helfe Ihnen. Soll ich helfen? Ne, 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 schon oben. Sie wissen doch, was Sie tun, oder? Ne, klar, nur mal. Wie ist sie? Weg! Tim, kommen Sie! Soll ich helfen? Ich bin ja schon oben. Okay, jetzt gehe ich runter. Hä? Ah! 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 Ist da so ein Lehm? Wir müssen weiter! Irgendwas schlecht. Steig! Schneller! Schneller! What? Bist du schon da? Okay, da ist eine Truhe. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Hm? Tim, Kamsi! Kamsi! Kim, waren Sie mal Pfadfinder oder sowas ähnliches? Ach, gibt es denn hier nirgendwo was zu futtern? Was? Ah! Los, gib auf! Bleib stehen! Was? Ah! Ich hoffe, zurücknehmen wir nicht das Schiff. Da ist er! Ah! Uh! Okay. Ja, warte mal, warte mal. Huf auf, ein Scheiß. Hä? Ah, mein Herr, verstehe ich dir. Komm, fieber. Seit zehn Jahren schrubbe ich Dex, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Vorgeliefert! Ganz eins mit Concret. Hach zusammen! Uah, ja! Heu Wallacks! Sehen wir doch mal hier nach! Und wenn wir Ellen nicht finden?... Fragen wir Ben Salat. Ich wacke. Oh, ok. Wieder in so einem Level. Ich kann hier echt nur lenken. Nicht schießen, nicht beschleunigen. Ja, nichts. Ja, nein. Oh, oh, oh. Das war klar. Ich kann hier nicht schießen. 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 Das ist alles so drauf. Okay, wir hören eine Stimme hier. Okay, wo machen wir das? Ergibt dich! Du, eins! Ja, ja, die Luft ist frei. Wir finden schon, wonach wir suchen, Kapitän. Ich bin nicht sicher, ob wir dasselbe suchen. Hm. Bin mir auch nicht sicher. Wollen wir nicht da lang? Ah, nee, nee, da brauchen wir Sprengstoff. Okay. So. Sie gehen nie auf, stimmt's? Jetzt warten. Worauf warten wir hier eigentlich genau, eh? Okay. Okay. Diamant? Na, Diamant. Janet. Okay. 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 단. Weil das ist ein Problem. Wie man die steuert. Nein. Das ist eher ein Beschoss. Die allen hier drüben, da sind sie. Sie kommen von allen Seiten. Am meisten nicht verlassen. Seine Männer sind richtig gewaltig. Wir hoffen doch dieses Ding hier fliegt uns nicht um die Ohren. Ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Vorsicht! Hey! Höhle! Hey! Los, nur! Hey! Wackelpudel! Ach, die Bratsch! Hier drin! Zubi! Höhle! 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 Schmeinschleife! Wir müssen weiter! Ja!